Viele Menschen nutzen ihren Computer auch als Stereoanlage. Dabei spielen und verwalten sie Musik mit Programmen wie iTunes oder dem Windows Media Player. Songs werden außerdem von Online-Diensten gestreamt oder als gekaufte Downloads auf die Festplatte heruntergeladen. Inzwischen sogar mit besserem Klang als von CD. High-Resolution-Dateien in Studioqualität machen es möglich. Ein normaler Computer kann das Klangpotenzial digitaler Musik aber gar nicht ausschöpfen. Seine Audioausgänge und einfachen Digital-Analog-Wandler sind dafür nicht gut genug. Deshalb gibt es externe Wandler wie den Denon DA300 USB. Als Digital-Analog-Konverter, auch DAC genannt, ersetzen sie die Soundkarte im PC, Mac oder Laptop. Der DAC erhält digitale Toninformationen per USB vom Computer und wandelt sie in Analog-Signale um, die ein paar Aktivboxen oder eine hochwertige HiFi-Anlage mit ihren Lautsprechern dann wiedergeben kann. Das Ergebnis eine optimale Soundqualität. Alternativ lässt sich auch ein Kopfhörer anschließen und direkt am DA300 USB die Lautstärke regeln. Im Denon DAC durchläuft das Signal besonders hochwertige Schaltungen, die feinste Klangdetails originalgetreu reproduzieren. Das einzigartige von Denon entwickelte Advanced AL32 Processing ist sogar in der Lage, die Qualität von Aufnahmen nachträglich zu verbessern. Ein spezielles Isolationssystem verhindert, dass Störsignale vom Computer in die Musik gelangen. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Format die Daten vorliegen. Der DA300 USB spielt so gut wie jede Audiodatei ab. Davon profitiert nicht nur der PC, Mac oder Laptop. Über seine digitalen Toneingänge kann der DAC auch den Klang vom Fernseher, von Set-Top-Boxen oder Media-Playern wie Apple TV deutlich verbessern. Er wird damit zur zentralen Schaltstelle für höchste Audioqualität im Wohnzimmer. Dieselbe Leistung bieten übrigens auch hochwertige CD-Spieler von Denon wie der DCD 1520 AE. Sie haben den hochwertigen Digital-Analog-Wandler für den Anschluss von PC und anderen Geräten gleich eingebaut.